Diese körperliche Beziehung zur Geige finde ich wunderbar. Du legst sie auf die Schulter und dann irgendwie wird das dann ein Teil von dir. Sie könnte auf den Rom noch warten, aber kann das auch der Rom? Ein Genie auf der Geige. Musiker sind dann am privatesten, wenn sie auf der Bühne sind. Ich glaube, ich bin erst Mensch geworden, als ich Witwe war. Du hast innatlich die Heilungskraft der Musik erinnert. Wenn ich dich kennengelernt habe, sagst du mir, schreib etwas für mich, auch wenn es nur 10 Bars sind. Ja! Ja! Ich fühle mich tatsächlich viel mehr nervöser, als wenn ich vor allem Färber von Karygan spielte. Musiker sind auch Athleten. Das ist eine, besonders bei den Streichern. Ich wollte klatschen, den ersten Satz, dann hat niemand. Nicht so. Als ich Karyan vorgespielt hatte, habe ich mit dem Klavierspielen beides ging aufgehört. Ich bin sehr glücklich darüber. Denke, was für eine Konkurrenz ich gehabt hätte. Ja, ungeheuer! Musiker sind auch in der Karte. Musiker sind auch in der Karte. Musiker sind auch in der Karte. Musiker ist auch in der Karte. Musiker sind auch in der Karte.